Willkommen beim Scaniaven Autoshop im Bachenbüllach. In diesem Film präsentieren wir das Zelt von Hilleberg, Tarra. Ein Zwei-Personen-Zelt mit einem Gesamtgewicht von 4,0 kg. Das Zelt wird mit Hilfe von vier Stangen aufgestellt, die alle gleich lang sind. Am einfachsten ist es, wenn man zuerst das Zelt ausbreitet, damit man eine gute Übersicht hat. Die Stangenkanäle sind farblich markiert. Weiss, Blau, Rot und Schwarz. Damit man weiss, wo die entsprechenden Stangen hineinkommt. Wie man gut sieht, ist es sehr einfach die Stangen einzuführen, weil erst später das ganze Zelt eingehängt wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Stangenkirche, die letzten分鐘 wurde beherrn. Die Stangenkirche werden nur in unserer Gelästung mit Variossex. Es ist die Stangenkirche aus dem Ganzen. Wir sehen uns beimben Sie im Gereich nicht der ganzen Zeltkirche. Sind alle Stangen eingeführt, wird das Zelt an den Clips eingehängt. Am besten ist, wenn man von oben nach unten arbeitet. Das Tarra hat zwei Eingänge mit zwei kleinen Absissen. Die Heringe müssen gesetzt werden, aber man kann sich auch mit einem Stein aushelfen, falls es nicht einmal möglich ist, einen Hering zu setzen. Das Tarra hat zwei Lüftungen im Dach. Die lassen sich ganz öffnen, sowohl reinzelt als auch aussenzelt. Damit es nicht reinregnen kann, macht man am Schluss einen Schutz über das Dach. Auch dieser wird mit Hilfe von Clips festgemacht. Am Zelt selber hat es diverse Abspannleine. Auf der Seite sind ja längere Bänder angemacht. Die Bänder lassen sich dann auch um das Gestänge wickeln, damit die Belastung nicht nur auf dem Wassenzelt ist. Die beiden Eingänge lassen sich auch ganz öffnen. Das ist ein grosser Vorteil, wenn es sehr heiss ist. Das ermöglicht eine optimale Lüftung von meinem Zelt. Das Aussergewerbe lässt sich zusammenrollen und auf der Seite festmachen. Die Eingänge vom Innenzelt lässt sich ganz öffnen. Und das auf beiden Seiten. Noch ein kleiner Tipp von unserer Seite. Die Hacksack und Reparaturhülsen lassen sich einfach im Innenzelt auf der Seite festmachen. Und so geht es nie verloren. Das Terra ist ein sehr robustes Zelt. Der Vorteil ist, dass es ein GHT-Zelt ist und selbst steht. Und nicht immer unbedingt alle Heringe gesetzt werden müssen. Hast du noch Fragen zum Produkt? Dann besuch uns doch in unserem Shop in Bacher Bülach. Wir freuen uns. Fünf Räume – fünf Räume – nicht. Eins, zwei, vier, vier. wives, fünf Räume – nicht. Es gibt keine dritte gibt, fünf Räume – nicht.